Jetzt hat sich endlich mal ein deutscher Rechtsanwalt wirklich mal ganz klar zu Wort gemeldet, hat wirklich mal klar angesprochen, in was für einer prekären Situation wir uns aktuell befinden. Der Anwalt heißt Markus Heinz und der hat gesagt, hier ich zitiere vom Deutschlandkurier, ich bin Rechtsanwalt, ich erläutere Bürgerinnen, was sie noch sagen dürfen, Journalisten, was sie noch schreiben dürfen, Musikern, was sie noch singen dürfen. In welchem Land lebe ich? Und allein diese Frage ist natürlich eine rhetorische Frage, er lebt in Deutschland. Es geht darum, dass immer weniger Leute sich auch trauen, einfach mal ihre freie Meinung zu sagen. Das sagen ja mittlerweile in Umfragen bis zu 60 Prozent, dass sie sich nicht mal mehr trauen, ihre freie Meinung zu äußern. Und da kommen wir jetzt wirklich mal in Zeiten rein, wo man ganz klar sagen muss, freie Meinungsäußerung ist einer der wichtigsten Teile im Grundgesetz. Wenn das nicht mehr gegeben ist, dann wirklich gute Nacht. Und da muss man jetzt endlich wieder hin zurückfinden. Und dieser Anwalt, der sagt ja auch ganz klar, was auch viele gleich kommentiert haben in Bezug auf Nancy Faeser, dass sie da die Hauptschuldige in diesem Fall da ist.